Jetzt kommt der Polar ein bisschen, die kann man ausarbeiten, ganz toll, ein Porsche. Jetzt kommt vorne links die Neue. Neue, 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 Neue. Hier ist der nächste, der Steuerhaus. Vor rechts, sagen wir mal, die Steuerhaus. Hier vorne rechts ein E-Plus, ein 600 E-Plus aus dem Hause. Vielen Dank. Vielen Dank.